Hey Leute, die Powerbank ist voll und ich messe genau 4,20 Volt, 4,20, 4,21, das ist okay, es darf 4,2 Volt plus minus 50 Millivolt sein, also bis 4,25 dürfte es sein, das klappt schon mal, dann werde ich die Powerbank mal jetzt leeren, ich habe die ein bisschen kompakt zusammengebaut, was ich vergessen habe, was ich noch zeigen wollte ist, der Taster hier, wenn man da 2 mal drauf drückt, hat man die Taschenlampe, drückt man einmal drauf, geht die Datezustandsanzeige an, drücke ich nochmal 2 mal drauf die Taschenlampe aus, das ist echt cool, mit der Powerbank kann ich dann alles mögliche versorgen, ich kann zum Beispiel mal einen SOP2 Sender anstecken, an der, stecke ich den mal da an, stecke ich den SOP2 mal da an, ich probiere es mal, ups, mit einer Hand da das reinbekommen, ist schwer, ist so rum, gut, ist etwas schwer, ah, die hat schon Strom, der funktioniert schon, 90MHz, wenn ich da drauf drücke, sagt der mir 100%, ah, für den einen Ausgang reicht es noch nicht ganz denke ich, aber der SOP2 funktioniert, ich kann damit auch jetzt den MP3 Player laden, stecke ich mal den MP3 Player an, mal schauen wo hat der, da hat der seinen Stromstecker, genau, den kann ich damit auch laden, ja, da steht OUT, also dass ein Ausgang aktiv ist, nur noch nicht welcher Ausgang, wahrscheinlich weil der wenig zieht aber der lädt auf, ja, da würde ich sagen, lasse ich mal Handy daran laden, das mal daran laden, tun wir den mal entladen und gucken mal, welche Spannung der am Schluss hat, aber interessant ist echt, Doppelklick, dicht, Doppelklick wieder aus, ich habe das jetzt einfach mal in Paketgelband eingepackt, die Akkus, die Platine oben drauf, da sollte ich mir noch ein Gehäuse suchen, aber so finde ich das Ganze schon sehr kompakt, also schön so mitnehmen und so, jetzt wenn ich da noch ein Kunststoffgehäuse rum hätte, dann wäre das toll, die Kamera, die stellt nicht scharf genug, warum auch immer, jetzt stellt sie scharf, ich glaube das liegt an dem Display, das so spiegelt, es hat 9 Anschlusspins, da könnte ich auch mal mit aus Teleskop messen, wie das angesteuert wird, aber es schaut schon gut aus, das Einzige was aufbaut ist, dass das Display ein bisschen zu sehr angesteuert wird, das merkt man, wenn man hier ein bisschen streckt guckt, dann leuchtet alles auf, aber das Ding hat noch 100%, dann werde ich das Ding jetzt mal entladen, bis es auf 0% ist, bis es ausschaltet, wie weit es den Akku, den Lithium Akku leer zieht, was mir aufbaut, der Spannungswandler ist sehr effizient, weil das Teil kaum warm wird, da werden die anderen Powerbanks von mir viel wärmer, wenn ich damit in die Handys laden tue, nachdem sie leer ist, hatte sie noch 3,59 Volt auf dem Akku, das heißt es entlädt sie nicht auf 3 Volt, sie nur auf 3,59, oder 3,57, jetzt habe ich wieder 1%, ich muss aber dazu sagen, dass auch bei 0%, die immer noch 5,11 Volt rausgehauen hat, also der in Werte ganz gut geht, allerdings der doch ziemlich früh abschaltet und den Akku nicht tief entlädt. Nun, das Ding ist ja schon schön kompakt und so, also echt schön kompakt, schönes kompaktes Ding, kann man schon in die Tasche stecken, da hier könnte ich noch mit Klebeband abkleben, aber jetzt versuche ich mal, weil die Akkus schon etwas älter sind, die sind aus so alten Laptops und so, dass ich mal einen neuen Lithium-Polymer-Akku anstecke, jetzt mit 2600 mAh, jetzt habe ich mal einen Lithium-Polymer-Akku angelötet, aufpassen, hier ist Minus, da ein schwarzes Drähtchen nach B- und ein rotes Drähtchen von B- nach Akku- und dann sollte das mit einem Lithium-Polymer-Akku auch funktionieren. Dadurch dass es ein neuer Lithium-Polymer-Akku ist, dürfte das jetzt von der Spannungsklage besser funktionieren, testen wir mal damit. Wenn man einen neuen Akku angesteckt hat, an die, sollte man kurz das Ladegerät anstecken, damit der Akku freigeschaltet ist, damit die Elektronik den Akku akzeptiert. Auch an den ist Entlade-Schlussspannung dann 3,61 war das, genau 3,61, 3,62, wenn das komplett entladen ist, sodass es nicht mehr angeht. Dann kann ich es wieder laden auf 4,20, 4,21 Volt. Spannungsgeladen